Hey Freunde, willkommen hier zu den Bestsellern von Leslie, angeblich. Wir haben hier die Turbo Tubes, vier Bombenrohre in der Schachtel. Es wird, denke ich mal, wieder eine ganz stinknormale Umlabelung sein. Wir haben sie bekommen beim Fräsmann für 4,99. Es sind vier Bombenrohre enthalten. Wir haben eine NEM von 91 Gramm, was sehr gut ist für Bombenrohre. Und alles, was über 20 Gramm ist, müsste eigentlich immer sehr gut sein. Wir haben ansonsten keine weiteren Infos, vier verschiedene Effekte. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach raus und zünden die Turbo Tubes für 4,99 vom Fräsmann. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, und das machen wir hier immer noch die Turbo Tubes. Zuerst das gelbe Auto. Das war ein bisschen dumm. Ja, schön Bombenrohre, muss man sagen. Wie gesagt, das ist ja so eine Umlabelung. Schauen wir hier, das rät nicht mehr, aber das sieht schwarz aus. Die sind so groß, die kriegt man nicht mehr drauf. Also Kaufempfehlung geht schon mal raus. Jetzt haben wir das grüne Auto, das ist ganz wichtig. Definitiv lauter Abschluss. Und zum Schluss haben wir noch das rote, glaube ich. Nein, orange. So Freunde, also absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr sie bekommt, nehmt sie mit. Und zum Schluss haben wir noch.